Damit hatte niemand gerechnet. Knapp einen Monat vor Let's Dance Start gab RTL bekannt, dass Bion Katilatu Simon Gruner ersetzen und damit mit von der Partie sein wird. Auch Oliver Pocher reagierte bereits auf die Neuigkeiten. Bion Katilatu tanzt bei Let's Dance, so reagiert Oliver Pocher. Lange dauert es nicht mehr. Am 23. Februar geht Let's Dance endlich wieder bei RTL an den Den Start. Nachdem der Cast, unter anderem bestehend aus Sofia Thiel, 28, Stefano Zarella, 33, und Detlef Soest, 53, viele Fans der Tanzshow ziemlich enttäuschte, überraschte der Kölner Sender vor kurzem mit dieser Nachricht. Auch Bion Katilatu, 39, wird in diesem Jahr über das Tanzparkett schweben. Der Motivationscoach, der zuletzt, eher ungewollt, dank Amira, 31, und Oliver Pocher, 45, für Schlagzeilen gesorgt hatte, wird Ninja Warrior Star Simon Bruner, 26, ersetzen, der aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei sein wird. Diese Nachricht blieb natürlich auch Oliver Pocher selbst nicht verborgen. Der Comedian nutzte bis vor wenigen Wochen nahezu jede Gelegenheit, um gegen den 39-Jährigen zu sticheln. Er fand sogar die Parodie Kunstfigur, der Real Dalai Karma. In seiner Story meldete er sich zu Bion's Let's Dance-Teilnahme zu Wort. Vielsagende Ankündigung Wir werden eine Menge Spaß haben. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht erklärte er, da mache ich doch direkt den Bion-Filter an. Gestern noch in Hagen, mit seiner Liebes-Caspar-Show, Anmerkung, D. Red, einen überragenden Auftritt gehabt. Heute ist Bion bei Let's Dance. Tanzen ist sein Leben. Ich bin gespannt, wie das laufen wird, so der 45-Jährige und deutete weiter an, dass er das Ganze natürlich auch mit dem Dalai Karma thematisieren wird. Der Dalai Karma freut sich, denn der nimmt jetzt Tanzunterricht, so Olli, bevor er anfing zu lachen. Und wir werden eine Menge Spaß die nächsten Wochen haben, da könnt ihr euch sehr drauf freuen, so die vielsagende Ankündigung. Übrigens wagten sich auch schon Oliver Pocher und Ex-Amira selbst aufs Tanzparkett. Während der Comedian 2019 zusammen mit Christina Luff, 33, auf Platz 7 schaffte, tanzte sich die 31-Jährige 2022 zusammen mit Massimo Sinato auf Platz 4.